Meine Lieben, ich stelle euch die Kinderbücher, die Malbücher vor und hier sind wir beim Teil 1. Anschließend zum Buchstabenmeister, zum Lesebuch habe ich natürlich ein praktisches Buch für euch auch vorbereitet. Und ich zeige euch das Besondere, das Teil 1 ist natürlich sehr einfach gehalten. Der hat quasi nur die leeren Buchstaben, natürlich immer in einer speziellen Farbe. Hier, Blau, B, Blau, Großbuchstabe, Blau. Und diese Buchstaben gibt es übrigens nirgends, die habe ich selber geschrieben. Und wenn wir weitergehen, zum Beispiel hier das F, Kleines und Großes. Ich muss das jetzt ja ganz speziell sagen, weil es hat ja mit dem Mundlaut zu tun. Und wir verunglimpfen immer die Buchstaben. Hier das kleine I, mit dem I-Punkt und das große I. Und was es mit diesen Buchstaben so auf sich hat, das erzähle ich euch, weil es hat da hinten noch einen Anhang. Und zwar habe ich über die Farbenwirkung etwas hineingeschrieben, was euch helfen und unterstützen kann beim Lernen. Also bleibt dran, ich erzähle euch ein bisschen davon.